Helen aus Wittern, Nilay aus Sülzbach, Alexandra aus Sülzbach, Maria aus Dürrenzimmern, Corinna aus Oetheim, die starke Bank. Wir freuen uns glaube ich alle heute hier mitspielen zu dürfen, es ist wirklich auch eine kleine Ehre. Wir haben schon im Training gemerkt, wir haben uns ein paar mal im Training schon getroffen und es ist einfach richtig schön zusammen zu spielen und ja, freuen uns und hoffen, dass wir vielleicht zumindest ein Tor schießen und sehr viele verhindern können. Uns einfach hoffenheim schwer machen. Gewinne! 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 Wo noch dein Name? Helen Hespelt aus Wittern, sehr wichtig. Aus Wittern und welche Ortschaft sind auch da? Sportfreunde Wittern, Dürrit Simon, Gücklingen, VfL Halbronn, aus Oetheim natürlich, dann von SV Halbronn am Leinbach, Grautheim Westonhausen in Sülzbach, VfL Eberstadt, das habe ich schon gesagt. VfL Halbronn, Sülzbach habe ich auch schon gesagt. Das ist das Ziel für uns, wenn der jetzt da so viel kickt, da könnte er nachher nicht mehr. Toch, bewegt uns ja nicht viel. Warte! Danke! 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 Okay, dann laufen wir ein. Kommt, gehen wir ein. Nummer 19, Leonie Schetter, Nummer 28, Lina von Schrader, Nummer 11, Anna Wagner und die Nummer 13, Leni Wille-Schenkel. Applaus 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 Das war's für heute. Das ist eine kleine Freierkette. Sie haben doch den Ernsthafen angenommen, das ist gar nicht so mein Vollertag. Die Videos sagen was anderes. Hören Sie mal die Wolter. Die lila Flaschblachen. Ich muss die nicht verpacken. Jetzt zähle ein Schluss. Die können wir komplett. Können Sie bei uns auch hin? Das war auch mal ich. Ich bin von Trainern. Ich freue mich nicht. Es geht jetzt mal um zu weitern. Vielen Dank.